Diese Base gehört einem Spieler auf meinem Minecraft City-Bizal, weil der genau morgen Geburtstag hat und ich hab ein kleines Problem. Und zwar hat der Spieler sich gewünscht, dass ich ihm morgen zum Geburtstag gratuliere und ihm vielleicht eine Kleinigkeit da lasse. Aber mein Problem ist, dass ich morgen keine Zeit habe. Doch ich wollte ihm unbedingt morgen zum Geburtstag gratulieren und deswegen hab ich das hier gebaut. Das hier sind ziemlich genau 45.000 Redstone-Repeater. Jeder von diesen Redstone-Repeatern geht ungefähr 0,8 Sekunden, weil er auf Stufe 3 gesetzt ist. Das bedeutet, dass dieser Redstone-Block hier oben genau in 12 Stunden ein Block nach hinten versetzt wird. Und das wird eine Sache auslösen. In exakt 12 Stunden wird sich diese Tür hier öffnen und hinter dieser Tür befindet sich ein kleiner Weg nach unten mit 3 Kisten. Und in diesen Kisten hab ich Items vorbereitet, die ich ihm zum Geburtstag schenken möchte. Mit einem Schild, worauf steht, alles Gute zum Geburtstag von Devin. Also leider kann ich nicht live da sein und ihm alles Gute zum Geburtstag wünschen. Aber wenigstens kann ich ihm genau an seinem Geburtstag ein Geschenk machen. Und ihr könnt ihm auch ein Geschenk machen, denn pro Kommentar auf diesem Short wird in dieser Kiste hier ein Kuchen spawnen. Und pro Like auf diesem Short wird ein Diamant in dieser Kiste spawnen.